Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch, dabei hat mir unser Tageblatt. Ich habe ihn bisher noch nie gesehen, die Zeitung schrieb nur ein verwegener Typ. Drum üb ich schießen und ich traf die Tür, wobei ich wie ne eins im Sattel blieb. Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch, dabei halt mir unser Tageblatt. Oh ja, mein Schimmel, der ist okay. Ich wählte ihn für mein Abenteuerblut. Jedoch die Leute reden neidisch überall. Der Röntgerfässer für die Texas-Erdöl-Kampagne. Doch das ist mir alles ganz egal. Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch, dabei halt mir unser Tageblatt. Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch und ich weiß, die Sache, die geht glatt. Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch. Verlobt hab ich mich telegrafisch.